Kristallnacht war ja organisiert worden von Goebbels und so weiter. Der spontane Volkszorn war geplant, auch in den Kommissariaten und so. Das war alles ganz schnell. Goebbels war ja ein fabelhafter Organisator, konnte das in einem Tag planen. Also da war alles drin. Auch das Erschlagen von Leuten war darin, nicht nur das Verbrennen von Synagogen. Und die haben ja auch Unmengen Auslagenscheiben eingeschlagen, Unmengen Leute wurden geschnappt. Es gibt ja da Fotos davon und mussten vor einem einigen Laden mit Pinsel und Farbe hinmalen. Ich bin ein Jud und so weiter. Und vor den Läden von Kaufhäusern standen es A-Männer mit Schillern, Deutsche kauft nicht beim Juden und so weiter. Alles organisiert.